Also, AM-Beratung kümmert sich sehr um mich und ich kann das nur weiterempfehlen, weil man hier rundherum ein Sorglos-Paket hat. Schönen guten Tag, mein Name ist Lenk von Möbel Lenk in Zwickau. Wir haben eine Möbelverkaufsfirma, damit wir Kunden einrichten können, wenn die ihre Couch verschönern wollen oder ihre Anbauwand. Dazu bieten wir auch noch Küchen, Schlafzimmer, Teppiche und Matratzen mit an, also Querbeet, alles was in die Wohnung reingehört. Also, vor der Beratung durch A&M hatte ich noch keine Internet-Affinität, sprich über Facebook oder Instagram. Man hat zwar einen eigenen Kanal gehabt, hat aber größtenteils nur geguckt und selber kaum gepostet. Und das Posten wird ja immer wichtiger heutzutage, dass der Kunde informiert ist. Und da hat mich AM-Beratung sehr unterstützt, indem sie Videos für uns erstellt haben und die dann für uns mit online gestellt haben. Also strukturell im Unternehmen habe ich Unterstützung von der AM-Beratung bekommen in Sachen Tools, vom Arbeitsablauf her, dass ich das besser organisieren konnte und dass wir nachhaltig auf Kundengewinnung besser eingehen können, indem wir bessere Anzeigen schalten mit Videos oder Fotos oder Texten unterlegt. Die größten Vorteile durch die AM-Beratung ist, dass man außerhalb der Box denkt. Und sonst ist man ja als Möbelhändler Einzelkämpfer und ziemlich auf das Unternehmen bedacht, dass das weiterläuft. Und so kriegt man Anregungen von außen, wie man Prozesse leichter organisieren kann oder wie man die Kundeneinsprache so umstellt, dass man zufriedenere Kunden bekommt. Also AM-Beratung kümmert sich sehr um mich und ich kann das nur weiterempfehlen, weil man hier rundherum ein Sorglos-Paket hat und mit Fragen offen empfangen wird. Und ja, also ich bin zufrieden.